Prost, ne? Und damit herzlich willkommen, weiterer Mission. Herzlich willkommen, Leute. Äh, lange haben wir darauf gewartet? Ja, Fortnite. Eigentlich nicht lange, ich hab einfach mal kurz die Komparademie gelesen. Ja, der zweite Teil, ne? Kann ich mir aussprechen lassen, danke. Ja, wenn du nichts sagst, dann springe ich ein, ne? Ah, los geht's, Leute. Ja, zocken, jetzt wird nämlich krass gezockt hier. Hallo. Praktisch so der zweite Teil, du wolltest es ja eigentlich nochmal machen, nicht ich, sondern der Bastard, die hat mich gezwungen, natürlich. Ja. Da wirst du zu sagen, du hast gezwungen, die du nicht möchtest. Ja, genau. Ich will sie schnell sagen. Ob du willst und nicht. Na! Ja, das kennt, ne? Gut. Roden, da wurde gefunden, Leute. Los geht's. Okay, ich glaub, wir hatten bei dem letzten langen Video, wer übrigens sich das letzte lange Video angetan hat, ist absoluter Profi, denn ich weiß nicht, wie man sich 20 Minuten von uns angucken kann. Also, falls ihr euch das angeguckt habt, dann seid ihr echt krass und dann wisst ihr schon, worum es geht. Falls ihr euch das nicht angeguckt habt, seid ihr Pech, denn wir erzählen uns nicht nochmal, denn wir sind Bastarde. Wir haben dafür sofort angezockt. Genau. Da hat Max ein paar Sachen erklärt, aber eigentlich hast du sowieso fast gar nichts erklärt, wenn man ehrlich ist. Genau. Und ja, was machst du da? Das Dach bauen, weil ich jetzt andere Menschen abknall. Okay, also nur nochmal kurz zusammenfassen, was ist nochmal das Spielziel? Äh, erster Platz werden. Genau. Naja, es wird man keine Battle Royale, ne? Alle gegen alle. Okay, es gibt doch nur was passiert. Jetzt geht's los, jetzt gibt's jetzt erstmal hier diesen Spawn-Ort praktisch. Wir gehen zu Loot Lake, Leute. Weil die manchen, die Fortnite spielen, denken so, Loot Lake, bist du eigentlich dumm, Junge? Nee, eigentlich nicht. Loot Lake ist immer so das Beste, ich hab einmal deinen... Was, wirklich nicht? Na, Spaß. Hä, was? Darauf wär's mal, äh... Darauf wär's mal der Energy. Ich hab fast auch schlickt. Trinken wir nach langer Zeit mal wieder Monster Energy, und zwar The Doctor. Product Placement. Ich hab auf das Tor gespuckt, oder? Product Placement hoch 10? Raus hier! Product Placement raus hier! Das hat ja voll gut gepackt. Ha, das ist so lustig wie hier, aber... Ha! Wie guter Start. Ja, ja. So. Bei Loot Lake geh ich auch nicht direkt in die Bude rein. Besser als in der letzten Folge hier an dieser Stelle irgendwo war's. Ja, weil wir verarschen. Alter, die gehen einfach mal alle rein. Reine ist das Ziel, ne? Ja. Da geht ja auch noch da unten. Nee, jetzt hab ich keinen Bock mehr, das sind so viele. Aber sowas von, da könnt ihr euch gleich umhauen. Aber sowas von, äh. Ja, siehste, 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 band die jetzt schon wieder rauf. Alter. Wirklich jetzt, wir müssen eigentlich einen Counter machen, wie lange du überlebt hast. 10%! Voll aufgeballert, Junge. So, aus der letzten Folge gesehen habt, da habt ihr gesehen, dass es ein kleines Problemchen mit dem Bild gab von Fortnite. Müsste diesmal nicht so sein. War bei uns ein Fehler. Tschüss! Und ein Bullshit mit dem Bildschirmsignal und so. Genau, falls ihr euch fragt, warum mein Spielenname Google ist. Ja, hab ich mich auch gerade gefragt. Hieß das nicht beim letzten Mal Data Mission? Ne, der Reviso Vidovid. Ah ja, genau. Grüße gehen raus, ne? Grüße an Vidovid gehen raus. Ne, das liegt darin, dass das jetzt mein Privataccount ist. Hab den jetzt mal vor. Das war mein allererster Account, den hab ich auch früher auf meinem PC gezockt. Lief richtig scheiße. Sehr egal. Sag ich mal ganz ehrlich, die Lief richtig deshalb so gelegt. Auf dem Laptop meinst du? Ja. Aber jetzt zockst du nämlich wieder auf diesem PC, ja? Och, warum ist hier nix drin? Weißt du, keine Waffe. Ich hab nur Holz. Ich bin in Holz. Ja, vielleicht kannst du doch mal sagen, wo man so Waffen da finden kann. Waffen findet ihr eigentlich fast überall. Ja. Also allgemein auf der ganzen Karte überall. Also da, wo Häuser sind, gibt's ja auch Kisten, ne? Es gibt keine Munitionskisten. Und es gibt Gegner. Es gibt Gegner. Und es gibt viele Bugs. Ja, kenne ich viele, aber es gibt manche Bugs, wo Gegner einfach durch die, irgendwie so den Boden reinbangen und dann, warum krieg ich denn nur Material, oh, ne Kiste. Ja, ja, akzeptabel. Ich glaub, oh, jetzt gibt's nämlich so ne Uzi oder was soll's. Das ist ne M-A-4, irgendwas, keine Ahnung, ist auf jeden Fall ne. Ich schläge auf so nen Bauernhof. Ja, ne, aber okay, ich brauch mein, ich brauch ein Medikit. Gibt's auch in diesem Spiel, es gibt Medikit. Ein paar Sachen wurden rausgenommen, ich glaub, die Armbrust wurde rausgenommen. Verdammt, keiner spielt. Noch ne Kiste. Alter Vater. Jawohl, Medikit, Junge. Das können wir mal rausschmeißen, das brauchen wir eh nicht. Das ist ne Platz zur Schwendung. Das ist aber crazy shit type shit. Sorry. Moment, ich muss mal ganz kurz gucken. Entschuldigung. So, ganz kurz was gucken, zock einfach weiter. Obwohl gröbs, man. War lustig. Ach ja, und wenn ich mit diesen ganz normalen Verarzungsbänden hier heilt, kriegt ihr nur bis 75% zurück, eures HPs. Und mit dem ganzen Medikit kriegt ihr einfach 100. Ja. Es gibt auch so nen legendären Trank, der euch alles gibt, also shit und Leben. Das ist schon wieder irgendeinem Bastard. Das Problem ist, ich seh zu nahm Bildschirm, weil ich kann nicht mal richtig zocken. Ach so, ne Frage. Ist eigentlich jemals Platz 1 gewesen? Ne, ja. Ne, aber ich war schon öfters Mountain Top 3. Was ist das denn? LoL, was? Okay, das ist etwas, was ich nicht kenne, ist anscheinend so ne... Ich glaube, es war ja so diese Sprungplatte, die ich bekomme. Nice. Ja, ich glaube, je nachdem, wie Max Bock hat, nehmen wir jetzt immer mehrere Sachen für Fortnite auf. Ja. Also wir nehmen auch demnächst auch PUBG... Ach so, ich habe PUBG Mobile, ne? Ist ganz okay. Ist ganz nah heiß. Na, auf jeden Fall. Na gut, kommt aufs Netz an, du war? Ja. Ich weiß ja nicht, wie bei dir das Netz ist. Schon scheiße. Äh, äh, äh. Tot. Ich hab gesehen, wie da was da drunter gefallen hat. Idiot. Ich hab's in dem Moment gar nicht mal gesehen, Mann. Okay, was hast du überhaupt grad für ein Lacher, das war diese neueste Lacher von mir. Ja, und es... Ist das jetzt die Rekordnach-Folge von dir? Das ist die Rekordnach-Folge von mir. Warum schreien wir überhaupt schon wieder so laut? Ähm... Ja, das ist scheiße, wir sollten mal auf unseren Schein. Auf jeden Fall, es gibt ja hier jetzt auch für Leute, die Fortnite spielen. Es gibt auf dem Boden gibt es blaue Pilze, die ihr aufnehmen könnt. Es gibt, ähm, Äpfel. Die Leben geben. Blaue Pilze geben euch... Schild. Ja. Und... Ich glaub, das war's sogar. Nur die zwei Sachen. Auf jeden Fall, die... Ich glaub, der blaue Pilz gibt euch fünf Schild. Und der Apfel auch nur fünf Leben. Was von daher. Lohnt sich. Von daher lohnt sich nicht, Mama. Okay, hier hab ich Angst, was kann schon gelootet sein. Was ich vermute. Äh, okay, Munition. Ist immer gut. Schrot brauche ich nicht, habe ich. Okay, jetzt die Frage. Wir sollten mal wahrscheinlich weiter... Was wolltest du denn jetzt machen? Ich... Ich öffne das in den Inventar, so. Magst du Fortnite-Experte? Ich mein, warum macht man überhaupt sowas? Baut sich 3000 Meter oben. Man weiß aber, dass man stirbt. Ja, das war grad echt lustig. Ich hab's eigentlich zu spät erst gesehen. Vielleicht war's deswegen auch noch lustiger, weil ich's zu spät erst gesehen habe. Nicht sehr von nur so diesen Typen, hui und tschüss. Ich quatsch irgendwie sowas und dann seh ich so wie da so ne Gestalt so runterfliegt. Und dann in dem Moment dachte sich mein... Gestalt? Der Typ? Ja, der Typ. Ah man, alter. Und dann... Dann dachte ich mir in dem Moment nur noch so in meinem Kopf. Das ist ein Bastard. Das ist ein Bastard. Ja, genau. Sowas von. Genau, also ihr könnt ja Fallschaden bekommen. Logisch, ne? Ja, das sollte man eigentlich auch annehmen, ne? Auch echt dumm, wenn nicht. Ähm. Also ihr könnt wirklich eigentlich alles abreißen. Jedes Gebäude. Wow. Und das ist ein... Das ist jetzt hier ein Bait. Auf jeden Fall ne Handkanone. Hehehehehehe. Ehehehe. Yeah boy. Let's go. Ähm. Und ja. Eigentlich würde ich also zum Beispiel hier die Steine. Die kann man hier einfach mal so umhauen. Minecraft wird gespielt. Wir spielen Minecraft. Huuu. Was nicht. Nein, Spaß. Jo. Ähm. Aber wir können nicht mal über das Spiel erzählen. Wir können aber erzählen, was wir so machen. Was machst du so? Ja, was macht denn Max eigentlich so? Große Frage. Achso, ich dachte eigentlich, das war eigentlich an dich. An dich? Äh, an mich? Shhh. Ja, wieso sagen? Wir sind halt so ein paar Sachen da machen. Du bist bei der Schule, ne? Ich bin schon ein bisschen weiter. Uni in Shades. Äh, ich bin Berufsschule in Shades. Ja, genau. Ey. Das ist schon wie eine Truhe gerade. Ja. Oh, ein Schild. Guck mal, eine zweite Handkanone. Auch wenn es episch ist. Ups. Ja, du bist bei der Schule, äh, bei der Berufsschule. Ich bin bei der Uni. Und jetzt zocken wir hier gerade. Und ihr könnt es natürlich dann wahrscheinlich auf YouTube nicht sehen. Extra. Weil es ist nur so Test für uns. Aber wir haben hier gerade tatsächlich so drei Kameras aufgebaut. Und testen, wie es alles läuft. An unserem System hier. System, Jungs. Und wie soll man das sagen? Funktioniert eigentlich bis jetzt ganz gut. Cheers. Noch 19 Leute leben? Alter. Warum sind es plötzlich noch 19? Ja, du. Das geht so schnell. Das lebt man gar nicht mehr. Ich weiß noch, aber manche Runden haben ewig gedauert. Weiß ich noch bei dir. Okay. Erstens, ich bin scheiße im Bauen. Das weiß ich. Danke. Muss mir jetzt keiner sagen. Zweitens, ähm. Du willst es auch. Fortnite ist ja eigentlich fast so eine Art Mix aus irgendwie. Minecraft und PUBG. Ja, oder auch The Forest und PUBG, ne? Obwohl The Forest nicht so richtig, ne? Naja, bei The Forest kannst du auch bauen, aber nicht alles wirklich abreißen. Also, du findest halt Steine auf dem Boden und, naja. Ja. Schöne Ruhe. Ähm. Noch. Während hier ein paar Leute umgeballert werden, ist schön ruhig. Noch ist es ruhig. Wir hoffen übrigens auch, dass der Game Sound für euch laut genug ist und nicht zu laut und auch nicht zu leise, aber mal gucken. Wir können nichts versprechen, wir sind nämlich inkompetent, also. Äh. Boah. Das ist immer so. Von Max das Erkennungsteilchen. Bei irgendwas einfach, äh, schreien. Genau. Äh. Jetzt wird noch gerülpst, richtig geil. Wir haben es echt geschafft, Jungs. Weißt du noch, das letzte Mal so. Wir haben es geschafft. Ich war einmal, dass Max in der Folge gerülpst. Hä? Wann war das? Ich weiß es selber nicht mehr. Keine Ahnung. Hä? Okay. Worüber reden wir? Keine Ahnung, wie es behindert. Achso. Ja, das bist du. Tipp an euch. Ich brauche das Haus in den Jahren, bis dieser Baum kaputt geht. Ja, und... Oh, das ist ein Gegner. Warte. Ich habe mich gar nicht gesehen. Ich habe schon. Komm, streck dein Köpfchen raus. Ja, komm. Alter, was? What the fuck? Ich brauche mal hier ein bisschen Schutz. Ein Schutzwall? Eine Festung? Und ich... Iiiiih... Filo-Citra... Was? Das gibt es über keine Ahnung. Erstmal, hier, Kuljusenanfall und so. Alter, was ist denn los? Oh nein, es ist so wie bei der letzten Folge. Weißt du noch, da war es auch so. In einer Festung zur nächsten wurde geschossen. Warum schleiche ich überhaupt noch? Äh, ja. Cool. Ich würde sogar sagen, da das hier so schnell geht, ich würde fast sagen, wir warten noch. Und da du hier noch überlebst, vielleicht sind ja noch 14 da, es wird spannend. Deswegen bleiben wir auf jeden Fall dran. Aber ich würde sagen, danach reicht es schon fast. Weil beim letzten Mal ging es zu lang. Viel zu lang. Tatsächlich. Und wir wollen euch ja nicht unsere Dummheit immer zumuten, die ganze Zeit. Buh! Oh, okay, vielleicht doch. Nein, Spaß. Hallo. Ich werde mich von der Kamera blinken lassen, sonst. Ja, das stimmt. Nämlich hier ist unser Test. Sieht ganz nice aus, können wir natürlich keinem zeigen, weil wir sind halt Bastarde. Aber vielleicht machen wir das tatsächlich irgendwann mal. Ey, Kostwagen! Da, hat sich gerade irgendjemand hochgebohrt. Ja. Alter, jetzt wird es richtig los. Jetzt wird gekämpft. Noch nicht, weiter. Ich habe ihn mal nicht getötet. Ne, das war dieser Rickis. Ich dachte gerade so, du killst ihn so, aber dann sehe ich es ein anderer Typ. Oh, fuck. Ja, alter. Oh nein, den sind wir so wie beim letzten Mal so richtig schlimm. Oh Gott, der kommt. Alter, ich höre ihn noch schon. Bruh. Bruh, ich kann es stand this. Alter, der hat sich mit einem Schuss getötet. Hallo, Max, noch jemand da? Ich bin dumm. Ja, was machen wir? Noch was oder nicht? Oder labern wir jetzt noch kurz ein bisschen? Ich meine, es war eine zweite Runde. Das geht nicht. Ja, gut, wenn du... Mit dem Verlust gehe ich jetzt nicht nach Hause. Aber wenn Max gleich wieder verreckt, dann ist es schon vorbei, Leute. Ein Kill, ja, und das war sogar noch ein dummer. Und der... Ich habe mich einmal getroffen in der Schrot. Was ist denn das für ein Kack? Rage-Mode. Mann! Scheiße, hier mit dem Dreck spielen, den ziehe ich direkt danach. Vielleicht aber nicht. Dafür ist mein Auto kaputt, Mann. Scheiß, Porsche. Scheiß, Porsche. Geht das schon jetzt rum? Warum singst du eigentlich bei allem? Ich habe keine Ahnung, Mann. Scheiß, keine Ahnung. Warten noch mal kurz hier. Oh, das war's gut. Warte, auf. Spaß. Spaß, Spaß, Spaß. Ich habe eine Veranda. Ich bin cool. Max, was hat irgendwelche Grimassen? Wir machen es mal ganz schnell, wie ne? Ja, jetzt 30 Sekunden. Du tötest jeden. Spaß. Oh, tot! Doch, war erst mal Ingenieur. So was von, anstoßen hier. Du machst halt gehind. Max wird gewalttätig. Ich bin die Gewalt. Mann, Maul. Junge, ich schwitze so krass, dieses Wetter draußen. Ja, in letzter Zeit richtig viel 30 Grad und so, Leute. Also nicht damit zu spaßen. Also, es wird behindert. Sie geben sich eine Kamera. Haben Sie doch alle Tassen im Schrank? Ich rede mit den Zuschauern. Ach so. Sie geben sich eine Kamera. Haben Sie doch alle Tassen im Schrank? Reiten Sie doch die Schnauze an. Okay. Ein Schild. Nur so nebenbei. Wir sind so krasse Profis. Ich glaube, eine Kamera ist zu hell eingestellt. Und ich sehe es jetzt. Ja, kurz vor Ende, wa? Ja, ist ein bisschen dumm. Ja, hätte eh nicht so krass viel geändert. Was ist passiert? Entschuldigung. So eine Absicht. Entschuldigung, dass wir am... Okay, ich habe das mal aufhören zu singen, wa? Mit Absicht. Falls ihr jetzt immer hört, wie ich hier rumlaufe, ja, dann Pech. Heute doch. Okay, aber jetzt wird man das mal wieder im Game hier. Ich kämpfe jetzt mit dem kleinen Fall gesauen. Doch, das ist ja noch drei Minuten, what the fuck. Nein, das Spiel geht schon los, aber... Ja, bis hier die Zone da ist, ja. Ja, ich bin... Mein Gott, ey. Nenn mal das Spiel hier. Alter, es sind irgendwie ein paar Sekunden, sind irgendwie 20 Leute... Holy shit! Ja, Leute, ähm... Bis zum nächsten Mal. Ich beende die Folge mit noch einer Runde. Alter! Na gut, ich glaube, wir haben gerade mal 20 Minuten, also, äh, passt schon. Wirklich? Ja. Also, was heißt hier gerade mal, wir wollten eh nur 20 Minuten machen, wir wollen euch nämlich eigentlich auch nicht nerven, also, ja. Ich habe Maschinen gewertet. Scheißspiel. Ja, nur mal jetzt noch für die Zuschauer, damit sie es wissen, wie oft zockst du, zockst... Wie oft zockst du Fortnite, so? Wenn ich Zeit habe, dann... ...zu oft. Ja, und dann natürlich fragen sich die Zuschauer natürlich mit Recht, warum ist Max dann so kackiges? Äh... Er erklärt es jetzt selber. Weiß kann und ihr nicht. Was? Ich habe gerade nicht verstanden. Weiß kann und ihr nicht? Kein Pisser. Hör... 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 Okay... Schrotflinte! Holy Shit! Tschüss! Hör... Mama! Ja, noch 8 Sekunden, dann geht es wieder los. Mal gucken, wie lange Max diesmal überlebt. Ah, beim letzten Mal war es ja voll... 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 close hier. Höö, ich schieße ins Gesicht. Jetzt wird so lustig fairer. So, Höö, Gesicht. Du bist... Mein Lieblingsrat. Was? Das ist die... Das ist die irgendwas. Das... das ist die Vot... Oder... Irgendwann, der gerade scannert wird. Keine Ahnung. Weil da ist nämlich in... Season 4, ne? Ist mir ein Jurid abgeschützt. Tschüss! Ich habe ne Idee, wie springe ich da raus. Okay, doch, ich spring da raus. Na eben, du fliegst ja grad drauf zu, mein. Den, 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 den. Den, 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 den. Den, 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 den. Übrigens, Battlefield 5 neuer Trailer ist rausgekommen. Wirklich jetzt? Ja, haste ich nicht gesehen. Nee. Oh, äh, ja. Also Battlefield 5 neuer Trailer ist rausgekommen. Alles klar, erstmal angucken. Fand ich ganz nice. Zweiter Weltkrieg diesmal, Leute. Nur zur Info. Richtiger Dreck. Kann man sich also dann auch mal geben, den Battlefield 5 Trailer. Auch wenn wir eigentlich Battlefield gar nicht mehr richtig zocken. als ich es überhaupt jemals richtig gemacht habe. Ich habe auch nie ein Spiel richtig gezockt. Ja, eigentlich ja nicht. Wir sind nämlich eigentlich nur so Hobby-Gamer, wir sind nicht Profi-Gamer, so professionelle Typen, die zum Beruf zocken, sondern eigentlich nur Hobby-mäßig. Wir sind jetzt nicht krasse Suchties, ne? Nicht wasi-Bastard? Ja! Oh Mama! Oh! Ein Tod ist ja lustiger als das andere Mal. Das war jetzt doch lustiger. So fast schlimm wie in dieser Speck-Folge. Maria, Mutter, Mami! Ich habe eine Mission fertig gemacht. Übrigens noch mal kleine Info an die Zuschauer. Demnächst kommen mehr Try Not To Cringe-Videos. Die kommen jetzt extra, weil wir wollten mal ein paar Best-Obs machen. Da haben wir gedacht, wir fangen mal ganz easy an mit Try Not To Cringe. Ähm. Nächste Runde, ne? Nicht nächste Runde, äh. Nein, Mann. Ben ist jetzt mitten in der Runde. Ja, machen wir jetzt auch, weil wir Assault sind. Äh, ja. Also nur zu Info, Try Not To Cringe-Videos kommen. Das sind eigentlich so alte Videos, die wir zusammenschneiden, weil wir uns dachten, diese Videos sind so kackiges, also da können dann alle drüber lachen und auch wir selber. Ja, ich lache nicht darüber, ich denke mir einfach nur so. Du denkst dir einfach nur so, was ist da los gewesen mit meinem Schädel? Schädel. Als ob ich Schädel so betone. Schädel. Oh, don't worry you. Oh, really? Okay. Wenn ihr Hammerfall kennt, äh, shoutout to Hammerfall. Ich glaub, wir beenden lieber, sonst bist du noch Dimmer, oder? Schieß drauf. Ich treff nicht mal, ich treff nicht mal so die scheiß Figuren, ne? Das erklärt auch, warum du dann keine Gegner, die sich noch bewegen triffst, wenn du schon Sachen, die sich nicht bewegen, dich triffst. Oh! Geroasted, Junge. Grossbief. Ja, Leute, äh, dann bis zum nächsten Mal. Und dann sind wir uns bei den nächsten Folge. Eventuell gibt's noch mehr Fortnite, aber ich glaub, weil es heute recht langweilig war, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Letzte Woche, als Max nämlich nochmal gezockt hat, und ich bei ihm war, da war es richtig lustig. Aber diesmal war es nicht ganz so lustig, leider. Ich bin aufm, ähm, äh, Truck. Ja, was würdest du noch den Zuschauern sagen? Spielt niemals Fortnite. Ja. Und, äh, seid bereit für Best of Sondada Mission, Leute. Und seid bereit für den Jump meines Lebens. Ich spring direkt, ich spring direkt raus, Junge. Okay, okay, okay. Wenn da steht, Rausspringen leertaste, ich spring direkt raus. Ja, jetzt nur noch kurz, der Jump des Lebens. Und dann... So, wo spring ich raus? Ich bin ja schon rausgesprungen, hä? Ja, Junge, das ist der Jump deines Lebens, Junge, hier so. Bungee Jump. Okay, Spaß. Sind sie eigentlich dumm? Ja, keine Ahnung, Mann. Sind sie eigentlich dumm? Ich hab keine Ahnung, Mann. Was ist noch an dieser China to Cridge Compilation? Hä, bist du eigentlich dumm? Ne? An dem Moment, wie war das? Ah, ne, das war... Bist du eigentlich dumm? Ne. Spaß. Das du weißt alles. Selbst... Selbst geroasted. Das war so eine ganz alten Folge, scheiß mal drauf, Leute. Äh, ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und... Das war der Jump meines Lebens. Und jetzt beenden wir die Folge. Und ich glaub, diese Folge ist jetzt schon richtig dumm. Also, ciao, Leute. Einfach, einfach abschalten. Warum seid ihr überhaupt noch hier? Ciao. Tschüss. Ich sammle Sachen auf. Tschüss. Okay, ich geh jetzt auch in die freie Welt, bei euch geht's alle um. Wo seid denn hier? Wo geht's denn hier raus? Ich war noch nie hier. Ja, wie auch immer, ähm... Ich zieh voll die Episoden in die Länge. Was ist das denn? Ja, du bist voll der Bastard. Dann machst du immer. Danke. Danke. Ich bin halt gern der Bastard. Ja, äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Moment. Da fehlt noch der Extraspruch, Mann. Achso, dann sag uns mal. Das ist ein Vorgerüst. Ich glaub, ich werd angestossen. Wow. Ich dachte schon, es kommt nicht mehr. Okay, ciao. Ja, auf Wiedersehen. Tschüss. Hallo. So tolle auch kurz zu. ... ... ...